Ach, der Turm hängt. Gott im Himmel. Siehst du das, was ich hier eingestellt habe? Ich habe nur geguckt, ob ich König F2 oder König E2 mache und dachte, auf König F2 kommt das Schach. Ja, aber das ist natürlich Quatsch. Gut. Revanche, mein Lieber. Und ich habe direkt Rating verloren. Du hast aber auch 2, 4, 13. Also von daher. Gut. Dann. Markan. Okay, neue Runde, neues Glück. Schachmatt, Schachmatt, Schachmatt. Rausnehmen. Man muss echt flott sein, ne? Den nehme ich doch einfach. Das ist so verwirrend. Ich gehe mal zur Seite. Und falsch. Und du hast schon wieder 6. Das ist doch ein Matt. Warum? Warum bin ich hier dran so schlecht? Warte, den gerade. Du hast jetzt auch ein paar Wochen nicht gespielt. Ja, aber trotzdem, wie schnell bist denn du, bitteschön? Warte mal. Da gibt es natürlich öfter nicht. Da gibt es noch was. Abtauschen rausnehmen. Oh, ja, da gehe ich doch weg. So. Schach und Matt. So, der Chat kann mich ein bisschen informieren. Wann macht Mackern mal einen Fehler? Was soll ich denn hier machen? Schach geben kann ich hier. Was soll ich denn sonst? Ah ja, Schach. Achso. Und dann hätte ich Damen, Schach und den auch noch nehmen. So. Jetzt läuft es doch bei mir. 15 zu 20. Läuft. Hä, was ist denn hier los? Ich muss Atom D2 machen. Achso, und dann ist die Dame weg. Ich verstehe. Gut, dann nehme ich raus und nehme da. Auch gut. So. Schach. Matt. Rausnehmen. Matt. Du hast immer noch keinen Fehler gemacht, ne? Schäm dich. Wie du ja... Ja, du bist es. Ich bin ja schon 30 geworden, Mackern, im Gegensatz zu dir. Oder bist du es jetzt auch schon? Nee, nee. Nee, ist das sehr erst. Also. Kannst du dem alten Mann mal ein bisschen Ruhe gönnen und nicht so vorpreschen? Warte mal, das ist doch so ein Matt-Motiv, was man kennt. Jetzt muss ich auch noch weg. Das gibt es doch nicht. Das habe ich jetzt wirklich nicht verstanden, warum das falsch war. Du musst den Turm loswerden und dann reinschlüpfen. So. Im Zweifel ein Schach. Und dann, was machen wir dann? Den hier. Und noch ein Schach. Manche Sachen. Ich soll immer noch einen Zug machen. Die sind noch nicht ganz durch hier. Ja, das habe ich... Genau da habe ich... Genau das war auch mein Problem. Also, das ist doch nicht hierher. Ja, Alter, mackern geht richtig ab. Ja, ich sehe das. Scheiße. Ich habe mich auch im Chat schon bewundert, wie du mich eiskalt nass machst. Hier muss ich immer erst mal gucken, welche Farbe haben wir denn überhaupt. Schach muss im Zweifel doch richtig sein. Wo man dann halt noch mal Schach geben sollte, ne? Auf A8 oder was? Ja. Ja, ich habe da an C3 gemacht. Ja, im Zweifel immer mal schön Schach geben. Ich weiß gar nicht, wie hier die Sortierung ist, sag mal. Ach, das gewinnt da. E5 gewinnt die Dame. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Na ja. Es mag gar nicht der Puzzle-Gott. Ja, ja. Das habt ihr ja schon schmerzhaft erfahren. Das erfahre ich auch gerade. Aber mein persönliches Ziel ist es ja, dass ich... Ich glaube, in 3 Minuten war ich so bei 35 oder vielleicht auch mal an die 40 angerissen. Wenn ich das schaffen würde, wenn du mich immer noch besiegst, dann ist das in Ordnung. Ich habe mal gegen Giri gestreamt. Dann habe ich den herausgefordert. Und dann haben wir gegründet. Aber da ist keine Chance. Absolut keine Chance. Bei 3 Minuten sind die immer über 40. Immer. Absurd. Absurd.